auch da ist der cpu sanchez wieder komplett da stellt wieder auch jegliche hasswege zu und das ding von dem gegner wird einfach mal so auto korrigiert das ist ja einfach ein faires spiel der gegner macht das hat einfach stark ist ein sehr guter spieler und passt den spielt jeder aus dem fußgelenk dem weiter auch genau so dass der innen lang geht es ist so lächerlich einfach seit ein absolutes glücksspiel mal hat mein pech und mal hat man kein glück ja der kölner köln der kölner köln der kölner 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 so data bisschen fortnight gespielt im keller ist nicht schlimm wäre das klingt jemand ein dickes problem und back to back aber leider kein trotz ist ja belastend oma p nee und was haben wir ist auf jeden fall nicht gefakt falls sich wundert warum ich mich ausraste aber ich will fieber nur zum spaß und ich war kein schwitzer team und natürlich ist das jetzt heftig krass so ne aber ja es ist nicht schreiber nene nah eine ist nicht viel oder die lorche der ist und das der ist tradable ja und bitte was war da eh ich schwöre ich bin nicht so schlecht achtet das wie ich verteidige er wird nicht rankommen guck ich konzentriere mich jetzt bei der Defense mal. Irrer wärst du hier. Na Junge, du kleine Mistratte. Boah Junge, ich bin so ein Saar! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawoll! Das ist doch Tobi! Ist das Romarino? Ne, wer ist das? Tobi! Wieder so ein Pass. Reus! Die! Aris! Die! Die! 15 Millionen! 15! 10! Kann das ankommen? Ich hab keinen Knopf gedrückt! Keinen Knopf! Was? Du verdammtes Opferspiel! Ja, ey, wir programmieren ein Spiel, bei dem man keine Tore schließen kann. Äh, und, äh, irgendwann geben wir einfach einen Elfer, äh, damit, äh, ja. Und das meine ich! Was ist das? Die Hahn liebt den Netzwett, was holt die Hahn der Weekend League Gold 3? Entspannt. Junge, du weißt, ich war uns an der Schule. Alter, die haben nie Meetings. Die machen nie irgendwas. Digga, guck dir das doch mal an, Digga! Jetzt aber, Trotz! Ägypten! Nein! Das kalt im Krassfalle! Zamprotta bleibt ein... Mann! Der läuft einfach durch! Jo. Ist der jetzt durch den Handschuh gegangen, oder? Ah! Ah, ja! Okay, neuer. Aha, genau! Ah, genau! Mhm. Genau! Oh, Mann! Schön! Mhm! Und Tor! War ein cleanes... Das war ein cleanes Vor... Ah, Junge! Mach fliegst dich unter dich doch! Ja! Ja, und mittlerweile war das scheißegal. Komm, aus! Mein Junge! Kleines Dreck-Scan-Männer! Ja, und mittlerweile war das scheißegal. Er zieht einfach... Er zieht einfach... Er zieht einfach aus am Schmutzpack... Shira Moments! Aber richtig genau! Durch den Fuß, diga! Und dann auch genau nach... Vor den Atal hin! Hätte die Wartebeine da nicht durch... Hätte sie ihn angenommen... Und dann hätte ihn zum Vierer gespielt! Zum Vierer! So, wo er verspringt dann genau zum Atal! Genau zum Atal und gegen Tor, diga! Perfekt, du! Makelele gegen Makelele! Ronaldo, Junge! Jetzt kommt... Ich sag euch, der ist ne... Der ist... Fehler! Oh! 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 Dieser Ton! Das wollte ich gar nicht! Da merkt man den Unterschied zwischen Anlass und Dulln. Jo! Und du wirst gebannt, diga! Ich bin die Person, die diese Penalty verliert. Bro! Dein Bruch! Dein R1, R1! Es ist unglaublich, man! Du... 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 Du findest eine neue Meta! Entschuldige! Das habe ich jetzt nicht verstanden! Könntest du das wiederholen? Siri! Halt das Maul! Junge! Oh mein Gott! Alter! Oh! Max! Thank you for... The rate! With... 28 people! Very much! And welcome to everyone! Amit! Tem anything but you can! What a next day! Here... Amit! With... Will... Are there any more fansutanavais? Well.... So, I... Vielen Dank.